hallo und herzlich willkommen hier bei birth of play ich bin der nutz und wir waren jetzt hier weiter bei star trek online mit der episode temporaler botschafter und wir bekommen ein ambassador klasse auf commander ok braucht man nicht unbedingt hier aber ist egal rein da mal gucken was passiert bestimmt haben wir wieder kämpfen müssen und irgendwas kaputt machen können wir ja momentan lädt das kämpfer auch ist nicht schön ist allerdings ein gimmick am spiel wir haben gleich die zwei prozent erreicht eigentlich weil diese ladezeiten nerven also nicht so schlimm wie bei gta 5 gut da sind wir auch schon im nebel angekommen im azur nebel davon haben wir eine merkwürdige anomalie und so wie es aussieht wartet der italianische schiff auf uns jetzt ist das schiff verschwunden was geht hier ab es ist da drüben eine welt was eine welt ist das sind sagen wir da in der 7 die 7 da steht auf einmal eine ambassador darum was ist hier kaputt jetzt gehen wir das mal und mal gucken was rauskommt hey ich hatte eben noch der esporte das ist ein schiff hinter diesem netz der federationsschiff komische dinge gehen hier vor sich ja was geht hier ab ja was geht hier ab ich habe keine ahnung oh hier steht die 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 Aber wenn ich nicht antworten werde, dann werden Sie wahrscheinlich sagen, dass ich etwas schüttere. Okay. Mein Name ist Datan. Ich wurde auf Romulus geboren. Nach der Krieg bin ich mit einer Freighter-Kruppe, die Bolien-Runde zu arbeiten. Mein Kapitän wurde mit den Tholien, und ich bin hier. Ich bin ein wahr und loyaler Freund von Tholien, und ich will keine Probleme. Jetzt geh weg und lasse mich allein. Ich habe Arbeit zu tun. Nein, mich nicht bemerkst. Ich habe dich nicht gesehen, Kapitän. Das ist alles, was der Tholien-Runde zu tun wird. Ich habe dich nicht gesehen, Kapitän. Hast du eine Minute, um zu sprechen? Die Klammern Enterprise C. Enterprise ist immer so ein, naja, langgefächertes Wort. Ich weiß. Ich fragte dich um dich. Und ich weiß nicht, ob ich dir das erzähle, aber ich brauche deine Hilfe. Du sollst nicht hier sein. Niemand von uns sind. Nicht in dieser Zeitlinie, das ich meine. Mein Schiff, meine Kruppe. Wir sollten etwas wichtig machen. Wir gingen durch eine Anomalyse. Wir gingen durch Zeit, und alles verändert. Ja, und dann bist du bei Picard aufgetaucht. Und ihr habt gegen die Klingonen gekämpft. Und dann seid ihr wieder durch die Anomalyse geflogen. Oh. Wir haben versucht, zurück zu gehen. Ich glaube, die Kampf mit den Klingonen hat die Anomalyse geflogen. Oh. Instead, zurück zu gehen, wo wir belong sind, haben wir hier, wo die Tholien alles läuft. Ich habe noch nie einen Tholien gesehen. Du musst uns helfen, Dinge richtig zu setzen. Du musst uns helfen, zurück zu unserem Schiff. Mit dem Flaggschiff? Eh, whatever. Ich und meine Kruppe. Es sind ein wenig über 100 von uns hier. Wir sind durch das Wachstum. Wir sind ungefähr 65 Jahre vor, wo wir sollten, according zu meiner Mathe. Wir kämpften gegen die Romulans. Das war zurück in 2344. Und die Weaponsdischarge haben eine temporelle Rift. Wir passen durch. Und weil wir nicht in Narendra waren, um zu tun, was wir sollten machen, hat die Zeitlinie verändert. Oh. Das kennen wir schon irgendwo her, ne? Wir sind in einer Zeitlinie, wo die Föderation und das Klingon-Empire waren in Krieg. Und die Föderation verloren. Schade. Wir haben versucht, zurückzuziehen, um Dinge richtig zu setzen. Aber dann haben die Klingon uns gefunden. Und die Enterprise-D. Und... Es gibt jemanden hier mit uns, von dieser Zeitlinie. Ihr Name ist Tasha. Ich nehme dich zu ihr. Vielleicht kann sie das helfen, zu erklären. Oh ja, Alter, Mann. Ich meine, Castillo ist hier bestimmt schon über 90. Vielleicht sogar schon 100 Jahre alt. Oh, da hinten ist er. Hallo. Wir brauchen deine Hilfe. Alter. Was ist das für die Frisur? Und überhaupt, wie sieht die aus? Ähm. Kann ich jetzt mit der richtig sprechen? Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe. Ja, jetzt geht's unter uns. Die Überarbeitung von Tasha, die sie irgendwann mal gemacht haben. Sieht... Sprechen wir weiter mit dir, ne? Ich bin von Starfleet. Und wenn ich richtig bin, das ist ein Name, das sollte ringer bellen mit dir auch. In einer Zeitlinie alternativen von dieser, der korrekt, Starfleet ist immer wieder живet und gut, und du bist auch ein Starfleet-Officer. Wenn die Enterprise-D. Die Zeitlinie berührt in Zeitlinie. Es hat eine Zeitlinie alternativen. Eine in der ich war, aber nicht hätte sein. Ich bin mit der Enterprise, um zu setzen die Dinge richtig. Ja, das hat funktioniert. Wir denken, wir waren zurück in der Norendra-System in 2344, um die Klingon-Kolone zu retten, von einem Romulan attack. Wir sind in dieser Nebula in 2409. Die Tholien haben uns gefangen, bevor wir wieder versuchen, und... ... 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